Musik Bei eiskalten Temperaturen stehen wir wieder hier für euch am Löffler Campus, um die erste Begrüßung ein bisschen zu begleiten. Es gibt leider nicht so viele Erste, aber wir hoffen trotzdem, dass wir ein paar von euch vor die Kamera kriegen und ein bisschen über Greifswald und euren Studiengang schnacken können. Auf jeden Fall wünschen wir euch dabei ganz viel Spaß. Los geht's! Hallo, hallo! 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 Wie heißt du denn? Guten Tag, Luis. Hi, ich bin Julia. Ich heiße Caro. Lisa. Nils. Florian. Ich heiße Ezra. Was studierst du denn hier in Greifswald? Ähm, Pharmazie, erstes bin ich? Pharmazie. Jura. BWL, Diplom. Ich mache Molekularbiologie jetzt im Master. Diplom BWL. Ich studiere Jura gerade. Wo kommst du her? Aus Kiel. Ukraine. Ähm, das ist so zwischen Ulm und Augsburg, also aus Bayern. Oranienburg. Ich komme aus Berlin. Aus Potsdam. Und aus Hamburg. Okay, alle sind fast aus großen Städten. Also, wie findet ihr Greifswald im Vergleich zu eurer Heimat? Es ist auf jeden Fall schon sehr klein. Also, man kann ja überall mit dem Fahrrad hin oder laufen. Windig. Finde ich, sieht alles ganz nett aus. Coole Leute. Ganz schnucklig hier. Ja, es ist auf jeden Fall ganz anders. Aber es ist auch mal was Schönes, eine neue Perspektive. Der erste Eindruck ist sehr schön. Schöne Innenstadt und ja. So, ich habe mir jetzt den Tom vom Asta vor die Kamera gezogen. Kannst du mal kurz sagen, wie für euch einfach die erste Begrüßung jetzt abgelaufen ist? Ja, also wir haben ja für 300 Erstis, die hätten heute kommen können, Beutel gehabt. Es kamen nicht ganz so viele, aber das ist für ein Sommersemester auch total in Ordnung. Eingeschrieben sind, glaube ich, 500 neue Studis. Wir denken, dass so um die 100 da waren. Es war aber super viel los hier. Einige Fachschaften waren draußen, haben schon kräftig Veranstaltungen gemacht. Wir haben Stadtrallys gesehen, Führungen, Einführungsveranstaltungen. Das war schon mal super. Ja, super. Dann vielen Dank für dieses allumfassende Stimmungsbild. Warum hast du dich für Greifswald entschieden? Viele Freunde von mir waren hier und die haben eigentlich nur coole Sachen berichtet. Greifswald ist eine kleinere Stadt. Ich mag kleine Städte eigentlich generell und auch mehr Familie wohnt hier in der Nähe, auf Rügen und der Straße und das heißt, passt viel zusammen. Ich bin vom Fernsehen weg. Okay. Ne, das war jetzt hier vorbei. Na Leonie, wir haben unsere Ärzte kennengelernt. Ja, wir konnten ein paar von euch vor die Kamera holen und generell das Stimmungsbild ein bisschen einfangen. Und wir wünschen euch einen schönen Start im neuen Semester. Und natürlich ganz viel Erfolg und damit möchten wir uns bei euch verabschieden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.